So, unterhalten wir uns etwas über das Thema Verlustfreie Komprimierung. Wir hatten ja in einem anderen Video den Unterschied zwischen Verlustfrei und Verlustbehaftet bereits kurz erläutert. Diesmal sehen wir uns das Thema mit der Verlustfreien Komprimierung etwas genauer an, vor allem wenn es um Wörterbücher geht. Die Idee ist einfach, dass man lange Nachrichten entsprechend komprimiert und um lange Nachrichten zu komprimieren ist ein beliebter Ansatz ein entsprechendes Wörterbuch zu verwenden. Dies ist einfach eine Übersetzung von langen Phrasen zu kurzen Teilen. Und meist werden auch noch Elemente, die sehr häufig vorkommen, entsprechend mit kürzeren Quotes versehen, einfach um noch mehr Speicher zu sparen. Das ist dann so ähnlich wie beim Morse-Code. Beim Morse-Code ist es auch so, dass Buchstaben, die sehr, sehr häufig vorkommen, einen entsprechend kurzen Morse-Code haben und Buchstaben, die seltener vorkommen, einen längeren Morse-Code. E zum Beispiel einfach nur ein Punkt oder N mit Strichpunkt. Y und Q kommen sehr selten vor, deswegen haben sie hier einen längeren Code vorgesehen. Einfach um effizienter zu sein. Und ähnlich ist es auch mit den Wörterbüchern. Man nimmt etwas Längeres, einen langen Text, übersetzt ihn durch das Wörterbuch und raus kommt dann eine komprimierte Nachricht, die dann hoffentlich entsprechend klein ist natürlich. Also es wird in eine kompakte Form übersetzt. So, jetzt können wir ein großes Wörterbuch haben, wo wir alle möglichen Kombinationen und Wörter nach Häufigkeiten sortiert haben und dann entsprechend klein machen. Es gibt noch ein Problem. Und zwar ist es nicht sehr toll, wenn aus dem Wörterbuch eine ganze Bibliothek wird, weil wir einfach so viele Elemente in diesem Wörterbuch haben müssen. Jetzt können wir sagen, okay, wir übersetzen nur das Häufigste, das was am häufigsten vorkommt, um das Wörterbuch klein zu halten. Dann haben wir eine geringe Komprimierung, weil wir nur wenig kürzer ersetzen können. Naja, zum dekomprimieren, also wenn wir uns das mal ansehen, die Originalnachricht plus das Wörterbuch ergibt das komprimierte Dokument, das nun entsprechend klein ist, dargestellt mit weniger Linien. Und zum dekomprimieren brauche ich natürlich auch das Wörterbuch. Das heißt, ich nehme das Wörterbuch, nehme das komprimierte Dokument und übersetze sozusagen in die andere Richtung. Ja, und das Problem mit der Bibliothek, das können wir natürlich auch lösen, also wenn das Wörterbuch zu groß wäre. Und zwar machen wir das wie folgt. Die Idee ist eigentlich ganz einfach, warum ein großes Wörterbuch für alles zu verwenden? Warum machen wir nicht für jedes Dokument sozusagen ein eigenes Wörterbuch, das genau die Komprimierung in diesem Dokument beschreibt? Ja, das hat nun den Vorteil, dass das Wörterbuch natürlich sehr viel kleiner sein kann als bei der anderen Variante, wo wir ein riesengroßes Wörterbuch haben. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass wir nicht nur das komprimierte Dokument, sondern auch das zugehörige Wörterbuch übertragen müssen. Und nun ist es natürlich wichtig, dass das Wörterbuch plus das komprimierte Dokument müssen natürlich immer kleiner sein als die Originalnachricht, sonst hätten wir ja nicht komprimiert. Ja, also das ist schon wichtig auch zu wissen oder zu haben. Gut, da die meisten Algorithmen oder einige Algorithmen machen folgendes. Die scannen sozusagen das Originaldokument. Auf Basis des Originaldokuments machen sie dann mit den häufigsten Vorkommen, wie das zum Beispiel beim Haftmanencoding der Fall ist. Prüfen sie mal, welche Buchstaben etc. kommen sehr, sehr häufig vor und die bekommen dann einen kürzeren Code und erstellen damit das Wörterbuch. Und anschließend, wenn das Wörterbuch erstellt ist, scannen sie das Dokument noch einmal und übersetzen mit dem Wörterbuch und erzeugen so das komprimierte Dokument. Ein anderer Ansatz ist, also der Vorteil hier ist, dass hier eine gute Komprimierung zustande kommt. Also das komprimierte Dokument ist um einiges kleiner. Ein anderes Verfahren ist das LZW von Lempel, Ziff und Welch. Der Algorithmus hingegen erstellt das Wörterbuch on the fly. Also während er das Dokument scannt, erstellt er gleichzeitig das Wörterbuch und die komprimierte Nachricht. Auch das dekomprimieren ist so, während er die komprimierte Nachricht liest, kann er das Wörterbuch on the fly erstellen. Er überträgt das auch nicht. Das ist sehr effizient dann bei der Komprimierung. Also beim Übertragen auf jeden Fall, weil er das Wörterbuch nicht speichern muss und er kann gleichzeitig, wenn er das Wörterbuch aufbaut, auch die Originalnachricht wiederherstellen. Natürlich werden die Quotes dafür im Dokument nicht ganz so kurz wie beim Half-Mann-Encoding. Aber gut, diese beiden Algorithmen sehen wir uns mal separat an. Wörterbücher übrigens müssen nicht nur Texte oder Buchstaben beinhalten. Sie könnten theoretisch auch Audio-Snippets beinhalten. Bei der JPG-Komprimierung ist das Wörterbuch die Linearkombination, wo einfach dann nur die Indizes gespeichert werden oder die Gewichtungen, wie häufig was vorkommt. Oder natürlich können es auch Wörter und Buchstaben sein. Oder eben auch eine Farbwerttabelle, wo wir anstatt der Farbwerte nur den Index speichern müssen. Und eben einmal das Wörterbuch, sprich die Farbwerttabelle. Gut, soviel zur verlustfreien Wörterbuchkomprimierung in den verschiedensten Varianten, wie es es gibt. Und es gibt bestimmt noch mehr. Könnt ihr auch selbst dann viele Wörterbücher und Komprimierungsverfahren überlegen. Viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.